Wie ihr sehen könnt, sitzt nicht Mr. T auf dem Fahrrad, sondern das ist Daniel Starsecki. Ihr müsst euch nur die ersten vier Buchstaben merken. S, T, A, R. Warum sitzt Daniel da drauf? Ganz einfach. Daniel Starsecki ist Personal Trainer und zwar Personal Trainer Karlsruhe. Daniel Starsecki. Warum? Wir arbeiten zusammen. Daniel ist sozusagen meine rechte Hand. Er wird in Zukunft einiges zum Teil Personal übernehmen müssen, nicht wollen. Er macht gerade eine Ausbildung zum Fitnesstrainer, ist gerade an seiner Heimarbeit zu erschreiben, wird bald seine Prüfung haben und dann steigt er hier mit ein. Und genau deswegen muss Daniel heute HFT-Training vorführen und zwar das HFT-Training Military Press. Einmal der internationale, coole Namen. Man kann aber auch Front drücken, Stehen über Kopf sagen. Das ist egal, macht heute Daniel. Und wie sich das gehört, für einen Trainer macht er das, was seine Schützlinge in der Regel nie machen, sich anständig aufwärmen. Das sogenannte? Allgemeine Aufwärmen. Oder globale, wie ich das nenne. Ich wurde aber schon zusammengeschissen. Das heißt nicht global, sondern allgemein. Für mich ist das global. Warum global? Weil es halt global ist, fertig. Oder allgemein. Also Daniel macht sich warm. Ganz entspanntes Treppeln oder Pedalieren, sagt der Hochdeutsche. Wir sagen im Schwäbischen Treppeln. Macht sich warm. Puls maximal 120, 125. Schön entspannt. Und danach geht es weiter. Das sogenannte spezifische Aufwärmen. Military Press, da fangen wir mit ganz leichtem Gewicht an. Ein bisschen Seitheben, ein bisschen Frontheben. Ein bisschen Arm kreisen und ein dummes Gesicht dazu. Und dann geht es weiter. So, wie ihr seht, steht noch eine Kamera da. Ja, warum denn? Warum denn? Warum denn? Zweite Kamera, weil Daniel macht natürlich auch seine Filmchen. Warum? Weil Daniel natürlich auch bei YouTube präsent ist. Und was müsst ihr da machen? Bei YouTube Daniel folgen. So einfach ist das. Wir kommen zu dem speziellen Aufwärmen. In dem Fall jetzt speziell für die Schulter. Wir machen mal Seitheben. Dann macht man mal ein bisschen Seitheben, was ihr jetzt macht. Mit kleinen Handeln. Und dann natürlich danach dann 10 Seitheben, 10 Frontheben. Danach noch schön Arm kreisen. Und danach dann geht es weiter an der Stange. Genau. Wichtig beim Schultergürtel, ihr müsst auf den Schultergürtel Acht nehmen. Viele, die schon lange Jahre trainieren, weisen eine Problematik im Bereich des Schultergürtels auf. Oftmals auch durchs Bankdrücken. Deswegen seid bitte vorsichtig mit den Schultern. Wärmt sie gut auf. Nehmt euch die Zeit. Das ist wichtig. Spätestens dann, wenn irgendwann mal Schultergürtel ein Problem macht, dann nervt es euch. Dann könnt ihr viele Dinge wie Kurzhandeln drücken, Militärreise, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, gar nicht mehr. So, zu dem speziellen oder auch spezifischen Aufwärmen gehört natürlich auch die Übung direkt. Mit leichten Gewichten. In dem Fall jetzt nur mit der Stange. Wobei, wenn ich dazu sagen muss, die Olympiastange, die hat auch schon mal 20 Kilo. Also von dem her ist es auch ganz gut, wenn man sich vorher erst mal mit Kurzhandeln aufwärmt und nicht hier gleich mit der 20 Kilo Stange anfängt. Außer man ist natürlich bei einer Maximallast von 200 Kilo Militärrepress. Dann darf man sich auch mit der Stange wahren. Schöne, saubere, langsame Bewegungsausführung. Schlüsselbein ansetzen, nach oben, über den Kopf, nicht vor den Kopf. Und natürlich immer den Ellbogen unterhalb der Last. Sehr gut, noch zwei, drei Stück. Aufwärmsatz, nächster. Stange. Und rechts und links fünf. Jetzt sind wir jetzt bei 30 Kilo. Machen wir mal acht zum Testen. Und dann wird der Daniel in sich gehen und fragen, wie geht es mir? Nächster Satz. Jetzt machen wir nun mal sechs Wiederholungen. Rechts und links zwei, fünf mehr. Das heißt, er ist jetzt bei 35 Kilo. Sechs Wiederholungen. Das war die zweite, dritte Sätze. So, wie fühlst du dich jetzt? Was sagt dein Körper? Geht noch zweieinhalb drauf? Zweieinhalb machen. Daniel hat sich entschieden. Für insgesamt sind wir jetzt 20. Stange, rechts und links zehn. Sind natürlich 40 Kilo. Er hat sich 40 Kilo entschieden. 40 Kilo will er jetzt vierer Cluster machen. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Eins. Zwei. Hilf sehr schön und kurz anhalten. Zack und raus. Zwei. Und vier. Gut, langsam runter ablegen. Gut, was sagst du dazu? Wie fühlt es sich an? Fühlt sich so dran rausgehen. Dann würde ich sagen, dann geh her, mach rechts links noch zwei Fünfer drauf. Und fang es an mit vierer Cluster. Wenn es da nicht gehen sollte, dann gehen wir runter auf dreier Cluster. Okay. Das wird schnell. Mach nochmal bitte. Mach nochmal bitte. Nochmal bitte. Nochmal bitte. Los. Zeig, was du gemacht hast. Achtung, jetzt passt mal drauf. Guck mal. Guck mal. Geh weg. Geh weg. Weg, das Ding. So eine Stange und so ein Los. Jetzt hat er insgesamt 45 Kilo drauf. Er macht vierer Cluster. Zweiter Cluster A4 und Feuer frei. Eins. Und ausatmen. Zwei. Sehr gut. Ein Altmen. Stopp. Und aus. Drei. Super. Und vier. Die sind sauber, die sind gut. Da gebe ich jetzt mal eine Schätzung ab. Das langt bis zum Schluss die Vierer Cluster. 30 Sekunden maximal Pause. Wie ich vorher schon angeschissen wurde. Tief ein- und ausatmen. Ganz wichtig. Schön, wenn man nicht reden muss. Dann kann man sich auf die Atmung konzentrieren. Noch fünf Sekunden. Dann hast du 15 Sekunden Pause gehabt. Komm. Und Feuer frei. Und erster. Schön sauber runter. Stopp. Und was drin hast. Zwei. Zwei. Sehr gut. Stopp. Und raus. Drei. Gut. Und die vier. Schön nach vorne. Langsam runterlassen. Auf die Schultern aufpassen. Gut. Und wieder 30 Sekunden Pause. Das heißt tief ein- und ausatmen. Über die Nase ein, über den Mund aus. Dem Körper ordentlich Sauerstoff zuführen. Wir brauchen Sauerstoff. Das ist unser Stoff. Sauerstoff. Gut. 15 Sekunden hast du rum. Ich würde sagen, geh los. Auf geht's. Und den dritten Cluster. Komm. Eins. Zwei. Sehr gut. Drei. Sehr gut. Und die vier. Gut. Nach vorne. Runter. Aufpassen. Gut. Schön. Ich habe die Uhren im Blick. Du kannst dich voll auf deine Tränen konzentrieren. Schön gleichmäßig atmen. Konzentrieren. Nicht ablenken lassen. So. Langsam vorbereiten. So. Jetzt kannst du angreifen. Sehr gut. Und raus. Ja. Und raus. Komm. Eine noch. Los. Komm. Du hast dir nichts gefallen. Los. Raus. Los. Jetzt müssen wir 30 Sekunden Pause ausnutzen. 30 Sekunden Pause ausnutzen. Tief atmen. Komm. Letzter Satz. Dann bist du schon bei 20 Gesamtwiederholungen. 20 Gesamtwiederholungen reichen. Mehr geht nicht. So. Schön konzentriere dich. Komm. Die letzten vier. Tief Luft holen. Die holst du jetzt noch. Die vier. Noch fünf Sekunden. Gut. Und Feuer frei. Und auf geht's. Komm. Eins. Alles. Ausprobieren den letzten Satz. Und raus. Raus. Los. Gut. Mach nichts. Gut. Egal. Mach nichts. Das war gut. Das machst du noch mal. Drei Sekunden Pause. Und zur Strafe, weil du letztendlich geklappt hast, machst du noch ein Zweier- beziehungsweise ein Dreierklasse. Kriegst du noch hin. Komm. Komm. Luft holen. Luft holen. Tief einatmen. Tief einatmen. Sauerstoff. Komm. Sauerstoff ist unser Stoff. So. Komm. Zwei Stück. Zwei gehen noch. Auf. Eins. Siehste. Ging doch. Los. Und den zweiten machst du auch noch. Und raus. Komm. Raus. Gut. 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 Und schön runter. Schön. Gut ablegen. So. Das war's. Das war jetzt ein kompletter Satz im HFT-Dreing-Style. Military Press. Oder auch Frontrücken über Kopf. So. Er hat sich für Vierer-Cluster entschieden. Nachdem er zwei Qualitätssätze gemacht hat. Vierer-Cluster entschieden. Hat es fast ganz geschafft. Eine halbe hat gefehlt. Dafür haben wir nochmal ein Zweier-Cluster nachgelegt. Somit alles perfekt erreicht. Aufpassen. Das Muskelversagen, was beim Dalle gerade eben war. Das war nicht prickelnd. Aber sowas kommt vor. Sowas sollte man eben nicht bei jedem Satz praktizieren. Das macht keinen Sinn. Warum? Weil dann die Leistung im Laufe der Zeit sinkt. HFT. Demnächst geht es weiter. Dann ist wieder mit am Start. Und zwar HFT dann wahrscheinlich Bank drücken oder Schrägbank drücken. Oder vielleicht auch Klimmzüge, vorgeborgenes Rudern, Sumo-Kreuzheben. Es gibt noch ganz viele Varianten. Und jetzt muss ich nur noch Folgendes machen. Moment, ich bin gleich bei euch. HFT, Military Press, das war es für heute. Demnächst geht es weiter. Lasst euch überraschen. Wir sind am Start. Bis dahin. Macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, ganz einfach abonnieren. Und regelmäßig habt ihr Mr. Tee im Haus.